Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Hause Flipper und damit Wir kaufen uns jetzt im Browser Mein Name ist Bowser, äh Browser So, ähm, 250.000 war das, da Hausfunk ist ein Land der Meis Ja, das sieht total schön aus Und wenn man das verkauft, dann ist es nicht mehr schön Mal gucken, ob das schön ist Dann will ich ja machen uns eigene Musik an Ich hab das Feuer schon knisteln hören, gerade Ich würde sagen Hi Nein Schnellert 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 Das ist ein Keeper's Hang-Vlime. Das war's für heute. Und jetzt gehen wir in den Kettchen. 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 Und dann gehen wir in den Kettchen auseinander. Damit ich da gemütlich entlegen kann. Und dann schläft jetzt auf deinem Kettchen. Ich würd sagen, ich will der Hektik ist. Was das denn? Nein. Was ist denn? Rostig. Hast du schon mal getrocknet? Ja. Welche Farben fängt das an? Nicht Rost. Rost drauf. Das ist ganz einfach kein Blüter mehr. Ja, was denn? Ist kaputt. Ich muss Kizzen eben um reinzufüllen. Das ist kein Blüter. Das wäre gut. Bonko. Er war noch früher so das System. Es ging nicht anders. Wir haben sie gebraked. Wieso, 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 wieso mach ich das eigentlich? Kann man ja was noch machen. 1.000 Euro. Ja. Wir haben ja 30.000 Euro. Dann muss man kriegen. Ja. Kannst du verkaufen. Das fand ich wiederum auch nicht. 9. 5. 3. 3. 3. 4. 1. 2. 3. 4. den Friedhof, äh, den Kisserack. Du hast die Nacht mehr gebunden, bitte. Da muss ich schon mal hin. Nein, die Nacht ist fertig. Was ist oben? Wätsch. Ja, das ist ja alles gut. Aber das weiß ich nicht. Das ist ja alles gut. Ne, ich wollte schon das Haus einfach nicht mehr wissen. Ja, wir haben das. Ah, wir haben noch ein Pädagogik. Dann streichen. Oder schneller streichen. Und ich habe jetzt alles. Weiß warme Waren. Ich kann den Preis schon mehr verhandeln. Das ist 50% schon. So. Ich bin abeim. Ich bin ein weiterer Baus. Ich bin abeim hier. Ich bin abeim, ich bin abeim, ich bin abeim. Ich bin abeim. Frau Belehem. Ich bin abeim. Ich bin abeim. Das ist klar. Eine, zwei, zwei, zwei. Miao, Miao. Ich weiß, wir hätten es uns immer spannend, um mit dem ganzen alles ausrufen, ausrufen, wegmachen und den Rasenmäher rüberfahren zu können. Ich weiß nicht, dass wir alles kaputt fahren können, aber der Mond ist auch wieder blau, zumindest da darf man nicht einfahren. Das Tier. Ein Haufen, aber ein Tier. Normalerweise wäre ein Rasenmäher, würde man nicht daran zu oben anfangen, dann haben wir nichts. Dann würde man eine Erde verstecken. Das ist nicht so vorbei. Aber auch noch nicht so. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Schlese werden... Das ist immer noch nicht gut. Das kommt jetzt glaube ich in Lauserschein. Ich fasse es nicht, dass ich das nicht reingehe. ... der, ... ... erhaut sich, ... ... der, ... ... das ist das Geld. Die, ... ... die, ... ... die Rasen, ... ... die Rasen, ... ... die Rasen, ... ... da, ... ... die Schöne, ... Jetzt fahr' ich den Scheißpapier ab! Leck mich im Scheißglied! Komm raus! Das muss auch noch! Ich muss ja einfach noch mal an die Kante fahren! So kann ich ihn ins Haus nehmen, wie der im Gasen ist! Ich weiß auch noch, ob du fällst! Wenn man jetzt so machen muss man auch wieder dreckig werden! Also dass Sachen wieder dreckig werden können! Wenn ich zum Beispiel streiche irgendwie aus, dass ich ungefähr streiche! Oder zu viel streiche! Und da sind unten auf dem Boden perplexe sind! Aber ich kann den Mauroshauch nicht wegmachen! Weil wir mit dem Rasenmäher drüber gefahren sind, ist jetzt noch nicht gut! Deshalb habe ich immer Mauroshauch mit dem Gasen! Ich bin ja noch mal bei dem Rasen! Ich würde das vorne so wie als Eingangsschild, weißt du, so in Richtung Tor irgendwo, dass halt das vom Eingangsschild sind, ja. Irgendwie hat das was. Ja, nicht so. Nein. Ach, jetzt soll der nächste gehen. Jetzt müssen wir die Schnappchen mit in der Schnappchen schließen. Noch ein bisschen vor dem Schnappchen. Noch ein bisschen weit unter der Schnappchen. So, die schlappen, wir müssen was nach vorne wisst. Was ist denn hier eigentlich rum?abe ich muss mit der Karle´schnepp? Ja, keine Ahnung, ob der Karle ist. die 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 auf meiste bei aus. Äh? Was war's jetzt? Du bist da nicht weg. Ich hasse das. Im Haus einer starken, örtlichen Frau gibt es keinen Platz für Spielzeug. Hä? Was labert die, Alter? Ist hier noch irgendwo ein Hasen an dem Vergenheim? Da sind zwei Hasen, Leute. Oder andere Hasen oder was? Denken Sie zu dem einen Köpfen, um zu denken? Los geht's da nicht weg. Auf der Hase! Auf der Hase! Auf der Hase! Auf der Hase! Johan ist wirklich alles. Wie hat sie dreckig zu sein? Achso. Und den? Aber viel hat er schon geblieben. Das ist doch schön. Ich hab auch zwei Hasen gesehen. Ja, ich auch. Wo ist er denn hin? Wo war der denn überhaupt? Warte mal, haben wir ausgesehen, wie ein Zwerch da kommt, oder ist er noch weg? Der ist weg, ne? Ja, das ist weg. 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 Ich muss das weg reinbauen, weil die so komische Sachen sind. Was ist denn jetzt mit Haaren? das ist das buch und nein ja ich kann doch sowieso nichts woanders hinmachen ich hab's noch nicht verkauft das ist einfach weg das ist einfach weg da ist ein guter Mensch das ist einfach weg und Die Anrufe ist in Ordnung. Der Prozessor ist im Minimap-Bild. So ist es sauber. Die Antwort ist in der Rolle. Das ist verkaufbar. Hier sind Küche und da neben dem Wohnzimmer. Ja, deswegen. Aber sie müssen es nicht mit Braum machen. Es gibt nichts sonst. Ja. Das ist eine große Rolle. Das ist ein bisschen mehr. Das ist eine große Rolle. Was ist denn noch ein Tierkrieg von DRK? Kring den Ordner. Soll ich auch noch eine Minderung? Für die jeden Morgen haben. Ja, ich war mit. Ja. Eigentlich war ja auch DRK. Aber der erste ist das Montag. Als wir es gemacht haben. Bei den letzten Wochen. Vielleicht mit Kindern. Bei der Kinderfeierwehr. Unsere Nachbarn sind eigentlich bei uns auch. Weil da haben wir ja den Ding. Die sind seltsam. Und auch diese Minderung. Sollte. 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 Jetzt habe ich über den Ja, aber es ist doch Kacke. Wie aus deiner Ecke hin. Ja, aber das ist immer wieder und das klappt nicht so. Ja, dann mach weg, ja. Hier ist so ein kleines, also nicht so ein richtiges Badezimmer, sondern so eine kleine Toilette und dann ist hier unten so ein Hobby-Aufenspiel-Zimmer, weißt du, gerade ein kleiner Tisch oder so eine Kacke. Ich schiefe mich tot. Weißt du, was das Problem ist? Also, wenn wir fahren, was man hier unten fahre, dann nehmen wir einmal eine Lichtstraße und einmal ein kleineres. Und dann streichen. Aber ich will gucken, ob man die Treppe anstreichen kann. Mittlerweile, weil frei geht es nicht. Ich mache es nicht. Ja, das ist so. Sagen wir mal, wir machen denn... Hier kommt Hella rein, weil hier ist ja die Badeherdecke. So, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man jetzt... Wir haben das gleich recht. Hier ist es. Wie das aussieht. Jetzt sicher wird es. Um, wie das tut es. Na ja. Du. 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 Die Wesen mit der Musik nicht wusste nicht genug, umso da ist es ja gar kein Gefühl mehr jetzt. Da würde ich sagen, kommt da wo jetzt hier der kleine Eingang ist, da ist eine Tür drin und da würde ich dann so barmäßig so ein Tresen hinpacken, weißt du? Ich stöße dich runter. Da kommt dann einfach Spaß. Schwarz, aber ganz viel Licht. Das ist ja so schön, unser Basis, unser Licht und Leuchenschaft. Wenn man das fertig gestrickt haben, machen wir auch schon ein paar Ebenen. Das ist ja so lustig, das ist auch so lustig. Und das ist ja so lustig. Und das ist sie, also schön schön. Das ist ja so lustig, nicht so lustig. Es ist mir eigentlich fast zu schade, das zu verkaufen, weil ich ganz genau weiß, dass wir durch dieses Haus dann auch wieder nur so 5.000, 6.000 plus kriegen. Dann ist das jetzt unser Haus, dann verkaufen wir das andere, dann machen wir das kurz ein bisschen fertig und dann verkaufen wir das hier drin und dann müssen wir das jetzt einfach in einem Auftrick machen, um Rätsel zu verdienen und dann machen wir das jetzt ganz auf die raus. Ja, das ist das Haus, ne? Ja, das ist das Haus, ne? Die eine ist auch gut, ne? Ja. Die eine ist auch gut. Ich würde gerne wissen, ob man mittlerweile auch eine Anstürze und ein Lichter machen kann. Wie bei den Bartresen? So ein Dings kann man in Spots rein. Kannst du nicht mehr ausprobieren. Ich hätte das gerne nicht bei den Bartresen. Das habe ich ja gesehen. Deswegen sag ich doch. Da kommt doch der Bartresen rein hier. Musik 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 Bei der nächsten Aufnahme machen wir mit der Baraden und sie wieder in die Klammer-Diskussion. So, steigen wir schon, ne? Ja, aber jetzt, okay. Nächste Folge. Ja, aber wir gucken noch einmal, ob wir eine Stürze für das Klammer brauchen können. Jetzt hab ich auch schon gekauft. Ne, einen hier oder einen hinter? Ja, nein. Nein, nein. So, dann muss sie wieder zu nehmen. Tauschen die Klammer-Nails mittlerweile ist kurz. Sofort gestrichen. Maler schneller, fünf alleine weiter. Ja, das ist nicht mehr so. Geht es? Ehm... Wie geht es zum Ausmaß? Sind da jetzt noch nicht initiated Bitte nicht Ich habe mich nicht in die Euchte Das war's für uns Halturgenlampe Mini oder? Mini, ich weiß Es geht So, wie was hier geht. Wenn da denn der Lichtsch 자�rieren kommt, sieht natürlich ganz gut aus. Gut, wir haben schon mal den Keller angefangen. Jetzt bis ins nächste Folge, wenn es wieder heißt, Hausflipper. Und zwar mit genau. Allrein. Tututü.